Jo Leute, was geht ab, wer zukommt zur letzten Folge vom Cleverbot Staffel 3 Ähm, ja Es ist so ein kleiner Sag ich jetzt mal Meilenstein so gesehen auch Denn wir haben so gesehen drei Staffeln Cleverbot überlebt Ohne, dass man in die Psychiatrie muss Aber Wer weiß, was noch kommt Leute Ähm, das ist die letzte Folge Cleverbot, die es geben wird Auf diesem Kanal Vielleicht mach ich so mal noch eine Folge Oder baue das in irgendeinem Stream mit vielleicht ein Äh, oder so, mal gucken Aber vorerst ist das hier wirklich die letzte Folge Und somit ist diese Serie, äh, mit dem Cleverbot hier auf diesem Kanal beendet Denn, äh, in zwei Tagen Also wenn ihr das Video seht In zwei Tagen später startet das neue Let's Play Projekt Für mich ist es nämlich gerade der vierte Erste um 8.53 Uhr Ich muss gleich noch alle Videos fertig machen Damit ich überhaupt die achte Folge um 11 Uhr hochladen kann Das ist nämlich noch gar nicht fertig Ich hab die, hab mich dafür entschieden erst aufzunehmen und dann fertig zu machen Und ja Leute Ich würd sagen, wir labern nicht lange drumherum Wir starten direkt rein In die letzte Konversation Mit dem Cleverbot Viel Spaß So Wir fangen jetzt mal so an wie in der siebten In der neunten Folge Und zwar mit Guten Guten Tag Wie geht es dir, Cleverbot? Ich weiß noch nicht, wer von uns hier der Cleverbot ist, aber Ah, okay Gut Und dir Auch, danke Und Was machst du so? Was machst du? Äh Mit Hier Schreiben Ah, ich auch Ach, nee Alter Yep Ich bin doch hier Oh no Oh Nein Es geht schon wieder in die Richtung, in die ich für die letzte Folge nicht wollte Nein Ian Ja, ich dich nicht Ich dich Ich Warum Wir Und außerdem Ist doch egal Nein 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 Warte Ich Geh mal kurz auf die sichere Seite Ne Ich Ich Jetzt Karaoke machen, Alter Ja Ich Ich Geh In die Ja, okay, ähm, so, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, guten Tag, dann suchen wir uns einfach, geben wir auf schnelle Welle 1,9 Und da haben wir ihn auch schon, er schreibt mich direkt, hallo, um zu glauben, dass ich das nochmal erleben darf, ähm, dass eine Konversation auch normal anfängt und auch normal endet, also, Anführungszeichen normal, ähm Was machst du so, mit dir schreiben, Eis Ja, ähm, ähm, einfach dieses Stumpfe, ja Mhm Gut und dir, auch gut Das ist schön Ich frag den jetzt mal, was hast du heute so vor? Gar nicht Ich auch nicht Wiewo Jetzt kommen wir nicht mit Oder Berlin ist vier Stunden weg Oder so, keine Ahnung Ja, für dich nicht, aber für mich Abo Nein Ich rede mit dir, wie ich will, Alter Yoga Yoga, Alter Digga Einfach in der letzten Folge, ich werd auch gedisst, Digga Ah, entspann dich Weiter Ach, kein Maul Was für weiter Komm runter Ist, ja, ok Ja, die Geh weg Puh Leute Wenn's euch gefallen Ey, dieser Clever Macht mich fertig, ne Ja, ey, nee Komm, heißt auf, Leute Wenn's euch gefallen hat Lasst gerne ein Like und ein Abo Ich hoffe, euch hat diese Serie hier Über, äh, um den Clever Drum gefallen Wenn ja, lasst es mich gerne wissen Äh, schaut in den Community-Tab Da ist ein Link drinnen, der euch zu allen Links bringt Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Tagen wieder Beim neuen Let's Play-Projekt Würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal Bis denn Tschüssi Bis denn Tschüssi 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 Tschüssi